Ein russisches Atomruhboot und andere Kriegsschiffe verließen am Montag den Hafen von Havanna nach einem fünftägigen Besuch in Kuba. Während die Schiffe die Gewässer des kommunistischen Staates, der an die Küste Floridas grenzt, verließen, verabschiedeten sich die Einheimischen, indem sie russische Fahnen schwenkten. Das russische Atomruhboot legte am vergangenen Mittwoch in Kuba an. Kubanische Behörden bestritten, dass es nukleares Material an Bord hatte. Washington betrachtete den Besuch nicht als Bedrohung, obwohl es am Donnerstag ein schnelles Angriffshubot zur US-Marinebasis in der Guantanamo-Bucht entsandte. Diese Stationierung erfolgte inmitten großer Spannungen aufgrund des Krieges in der Ukraine. Während des Kalten Krieges war Kuba ein wichtiger Verbündeter der ehemaligen Sowjetunion. Die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf der Insel führte zu Spannungen zwischen Moskau und Washington, die beinahe in einen Krieg mündeten.